Gestern haben wir das große Spider-Man-Auto getunt und viele fragen sich jetzt, wo mein Secret-Car ist, Leute, und zwar das ist ja... Bro, Leute, ich will euch das zeigen, das ist nämlich im Keller. Ich will jetzt aber nicht drüber reden, das ist nämlich wirklich top secret versteckt. Wir dürfen das auch nicht großartig erzählen. Was geht, du Dubai-Loser? Was? Bist du bereit für das nächste Battle, diesmal in Japan? Was klammerst du? Japan? Ja, ich hab dich doch in Dubai abgezogen. Jetzt wurde ich direkt auf das nächste Event eingeladen. Und zwar geht es diesmal um ein 200 Millionen Dollar Japan-Mobil. Oh mein Gott, so noch krasse Kragen wie das hier, oder was? Ja, das haben die mir einfach geschenkt, als Willkommensgeschenk, so weißt du, so kommt vorbei. Oh nein, Leute, okay, 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 ich zeig euch das Auto in der nächsten Folge, aber jetzt müssen wir erstmal los, und zwar nach Japan. Und zwar Russack will uns wieder zu einem Duell herausfordern, da sag ich natürlich nicht nein, Freunde. Ich sag euch ehrlich, da werden wir direkt hinterher fahren. Ab geht's nach Japan, wir haben ja leider den letzten Stadtsprung gegen Russack verloren. Ich bin gespannt, was uns diesmal in Japan erwartet. Vielleicht irgendwie ein krasses Drift-Battle oder so. Wir werden es herausfinden, Leute, let's go. Ey, Russack, wo sind wir denn hier gelandet? Och nee, in Japan. Hä, und oh mein Gott, Leute, guck mal hier. Mach dein Auto weg, Bro. Hier sind aber richtig viele krasse Autos aus Japan, Leute, mit richtig heftigem Tuning. Oh mein Gott, und dann gibt es einmal hier, was ist das da für komischer Reifen da hinten? Und dann gibt es hier einmal wieder die Endgegner-Autos. Nein, das ist ja mein King Kong-Auto gegen dein. Was ist denn das für ein Rainbow-Auto, was du da hast, Bro? Bro, ich weiß nicht, das ist ein Tunchan Super Supra. Oh mein Gott, das werden wieder die Autos sein, die zwei Punkte geben werden, Russack, das weißt du schon. Oh nein, okay. Und Leute, ihr wisst hier gerade, wo wir sind. Und zwar, wir sind nicht in GTA 5 Los Santos, sondern wir fahren jetzt mal ganz weit nach hinten. Und zwar, da sehen wir es auch schon, Leute. Vor uns ist nämlich die komplette Japan-Karte. Guckt euch mal bitte an, wie groß dieses Land ist. Das ist zu heftig. Und da werden wir jetzt natürlich mit den verschiedenen Autos rüberspringen, Leute. Und das Auto, was weiter springt, wird natürlich nebenentsprechend Punkte bekommen, Leute. Ich würde sagen, Russack, let's go. Um direkt zu starten, das erste Auto auszuwählen, werden wir natürlich wie immer ein Random-Vehicle machen starten. Oh, Bro. Okay, 6x6 Audi. Wow, ist schwer, Bro. Was hast du denn für labe Karre bekommen? Okay, Russack, bist du ready oder was? Ja, ich bin ready, Bro. Dann fahr mal los, ich werde dich eh einholen. Let's go. Russack mit seiner lahmen Karre da hinten. Und ich will dich das... Bro, nein. 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 Kannst du kein Auto fahren, oder? Ja, Bro. Oh mein Gott. Oh Gott, Leute, wir rollen aber weiter. Aber das Problem ist, ich komme natürlich nicht mal ansatzweise dahin, wo Russack-Kid kommt. Und ich bin hier noch nicht mal in Japan richtig gelandet, Leute. Das ist gerade mal... Also, das war ja nichts gewesen, Leute. Das war ja gar nichts. Der Sprung war ja wirklich kompletter Müll gewesen. Schade, Babelade. Okay, stark, Russack. Erste Runde ging an dich. Jetzt kannst du dir auch das erste Auto ausgeben. Ja, die zweite geht auch an mich. Viel Spaß mit der Schrottkiste. Oh nein, Leute. Ich kriege diese Schrottmühle hier. Och, nee. Russack hat diesen... Aber, Leute, unterschätzt dich diese Schrottautos. Ich sage euch ehrlich, die können auch gar... Oh, ah. Red alles gut, Bro. Ich fasse mal los. Ich lache jetzt, Russack, wenn ich weiterkomme wie du. Ich sage es dir ehrlich. Niemals. Und Feuer. Oh, wie schlä... Oh, oh mein Gott. Bro. Ey, das hatten wir doch letztes Mal schon, Russack. Die Schrottautos sind übelst overpowered. Guck mal, hinter dir. Guck mal, da ist Russack, Leute. Ja, guck mal, Russack. Aber ich kann gut rollen, dann entspann dich. Guck mal, wie der Karma macht heute. Guck mal, wie der Karma macht. Wo bist du denn? Ja, Bro, ich bin über dir, Bro. Hä? Wie über mir? Guck mal, wo ich bin, Bro. Ich bin... Bist du weitergelandet? Junge, ich bin hier mitten in Japan. Ich bin hier gerade beim Japan Tower. Loll, was? Du bist weiter als ich? Ja, ich dachte, die Schrottkarren dürfte man nicht unterschätzen. Wir sind absolut weit geflogen hiermit. Let's go. Erster Punkt geht ab. Ich bin 1-1. So, okay, komm. So, ein random Vehicle für sich selber spawnen. Noch... Nee, für den Gegner, für den Gegner. Ja. Bro, ey, Junge. Das ist doch kein Fahrzeug, Bro. Das ist ein Flugzeug. Ist das ein Flugzeug? Ja, das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug, Leute. Jetzt bauen wir natürlich nochmal ein neues, aber... Ja. Ja, sehr gut. Ey, ohne Flyglitch. Ohne Flyglitch. Wie ohne Flyglitch? Ohne Flyglitch. Wie? Einfach springen mit dem Motorrad. Das hättest du ja vorher sagen müssen. Ja, äh, Bro, das ist doch... ... die Fahrzeugbeispiel. Ja, okay, komm. Ohne Flyglitch. Oh mein Gott. Okay, mach Flyglitch, mach Flyglitch. Alles gut, mach Flyglitch. Ey, Bro, diese Sportkarten sind so overpowered, ne? Wo bist du, Russland? Äh, hier bei Japan drüber, du. Wie, wo bist du? Ich seh dich gar nicht mehr. Äh, mach Togel-GPS. Ich fahr hier gerade ein bisschen entspannt. Lass mich ausrollen am Flocker, du. Äh, bist du weiter wie ich? Nee. Oh, ich bin ins Wasser. Hä? Ja, ich bin hier im Wasser gelandet. Ja, okay, Leute. Ja, Motorrad-Flyglitch. Das ist aber keine Chance durch. Ey, ja, Servus. 2-1. Okay, 2-1 für dich. Aber freu dich nicht zu früh, Junge. Du wirst doch deine Packung bekommen, Russland. Jetzt werden wir zwei Autos spawnen. Ey, auswählen. Ach so, ja, stimmt. Erst mal auswählen. Was? Warte mal, warte mal. Was hast du... Bro, was nimmst du denn da für eine Satellitenschüssel? Bro, deine ist viel schwerer, hä? Junge, willst du irgendwie mit den Aliens Kontakt aufnehmen mit dem Teil, oder was? Bro, das ist viel besser als deiner, hä? Nein, ey, Bro. Bro, du, guck mal, wie schwer deiner ist, Alter. Ey, Russland, ich sag dir so, wie es ist. Junge, Junge. Bro, du hast keine Ahnung, Alter. Ja, okay, warte, lass uns gleichzeitig losfallen. Komm, 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 gleichzeit los. Und 3, 2, 1, los geht's. Ja, go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war... Pfff. Junge, du kannst dich da mit den Aliens unterhalten. Piep, 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 alien, alien, piep, piep, piep. Russland, ich seh dich nicht. Warte, ich muss nochmal Anlauf nehmen. Ich bin an der Strecke hängen geblieben einfach. Ja, du bist hängen geblieben, Bro. Ich roll hier schön. Bro, ich bin hängen geblieben komplett. Ich roll hier schön aus. Du denkst doch nicht wirklich, dass du weiterkommst wie ich? Äh... Weißt du nicht? Nee, also guck mal. Russland dachte wahrscheinlich, dass sich das dabei unum Flugzeug handelt. Du bist nicht mal ansatzweise in meiner Nähe gekommen. Und guck mal, warte mal, guck mal, GPS, Togel, GPS. Ja, Bro, ich brachte. Guck mal, guck mal, wie ich komme. Ja, Bro. Guck mal, wie ich komme. Ich mach nichts. 150 Meter, 100 Meter, 90 Meter. Bro, was laberst du? Nein, das ist nicht geblieben. Guck mal, Russland ist hier und ich bin hier oben, Junge. Was laberst du? Ja, wow, ich war knapp, hallo? So knapp war das auch nicht. Ich war leicht unter dir. Also da merkt man wieder, dass du mal wieder die falschen Autos ausgewählt hast. Und deswegen steht es 2, 2, aber Stadi ist leicht vorne. Okay. Okay, jetzt spawnen wir zwei Autos und jeder dürfte sich ein Auto auswählen. Ein Auto? Ach nein, nein, nein. Das ist Müll, Leute. Das ist großer Müllhaufen hier. Was hast du? Zwei? Oh, es ist okay, es ist okay, sag ich dir ehrlich. Ja, gg, ciao, Bro, du hast verloren. Ich hab verloren? Was machst du da? Bro, du hast... Ja, okay, du hast... Polizei! Ja, okay, doch, Leute. Polizei! Du kennst doch die Formel. Polizei-Autos darf man niemals unterschätzen. Bro, aber ich hab so ein Fake-Königseck. Ich glaub, St. Kiel ist mit auch Starkseid, okay? Drei, zwei, eins, go. Ciao. Ja, vorbei. Ciao. Ciao. Bro, meiner fährt noch nicht mal richtig. Also ich probier's nochmal, aber meiner fährt sich auch absoluten Müllhaufen. Meiner hat nicht mal Eilrad. Bro, das Auto hat nicht mal Eilrad hier. Aber Bro, soll ich dir was sagen? Wo bist du? Guck mal, siehst du mich? Ich bin genauso bei deinem Truck gelandet, wo du grad warst. Was? Ja. Bro, dann komm ich weiter. Ich komm weiter. Was? Ich komm weiter. Nein. Ich roll, ich roll, ich roll. Ich kann nicht rollen, Bro. Du bist weitergekommen. Wirklich? Ich bin halt voll schlecht gelandet. Ich kann nicht rollen. Warte, wo bist du? Ich bin eigentlich weitergelandet. Nein! Muss sein. Jo, drei, zwei, vier, Staddi, die Rakete. So, und jetzt geht's weiter, Russack, und jetzt kommt ein richtig Spezialauto, und zwar hier. Bro, das Kamee, das kannst du haben. Bro, ich weiß nicht, ob das Kamee vielleicht okay ist. Ich sag ehrlich, aber... Bro, du nimmst den Esel. Du nimmst den Esel, Russack. Bro, ich will nicht mit Kamee. Wir sind nicht in Dubai. Sei mal, bist du nervös? Ist der böse, aber ehrlich? Bro... Der bug, ich komm, ich kann nicht mal. Der bug, der übel. Digga, was ist das für das? Der ist aber auch nicht das beste Auto, ne. Bro, ich kann nicht mal fahren. Ja, du kannst... Oh, mein Auto ist gar nicht so schlecht. Oha, 1000 Gramm, Haar, holy moly. Ich sag dir ehrlich, Rusak, du kannst natürlich auch direkt aufgeben. Bro, ich kann nicht mal alle auf den ganzen Fertig machen. Ja, du musst vielleicht mit dem Esel vernünftig reden. Bro. Oh, Bier, Alter. Ich schaff's nicht mal mit dem abzuspringen von der Strecke. So unfair wie die Spawns. So unfair wie die Spawns, so unfair einfach. Spiel zwei für Stani. Ja, guck mal, du hast doch gesagt, du gewinnst immer. Hast du aber jetzt verloren, jetzt hast du Pech. So, Rusak. Es steht 3, oder? Es steht 4, 2 für mich, Bro. 4, 2 für dich, Alter, das kann doch nicht sein. Okay, jetzt das größte Auto, das größte Auto, Rusak. Von den vielen? Von drei. Okay. Okay, aber der ist geil. Ich hab einen guten. Ja, warte, ich muss... Oh, Bro, okay, ich hab... Okay, die können runter, Leute, die können runter. Ich hab nämlich hier mein 6x6 Lamborghini Urus, der sehr, sehr OP ist, Freunde. Den hatte ich ja schon mal gehabt. Und ich glaube, Rusak, damit... Ey, Rusak! Ich zeig dir nur die Dominanz meines Autos. Ja, guck mal, oha, guck mal, was bei Auto passiert ist. Komplett kaputt, Bro. Ey, Rusak, fahr doch nicht los, Junge, lass uns zusammen losfahren. Ich bin schnell los, Bro. Oh, Bro. Kannst vergessen, Bro. Der ist, bis jetzt der weiteste. Nein, Bro. Oha, oha, oha. Bro, es ist... Oh, mein... Okay, vorbei. Was? Nein, nein, du bist niemals weiter wie ich. Also, wenn du weiter bist wie ich, gebe ich dir 500 Euro. Gebe ich dir Real Talk 500 Euro. Mega, wo bist du dann? Jo, wo bist du? Warte mal, ich guck mal, wo Rusak ist, Leute. Ich bin gerade zu dir geflogen. Ich bin bei Autobahn gelandet. Ja, äh... Wieder 5-2 für Stani. Hast du gesehen, wie ich dein Auto zum Explodieren gebraucht hätte noch? Ja, cool, cool, Rusak, cool. Los geht's weiter. 5-2 für mich, Rusak. Und diesmal werde ich mir das Secret-Auto holen. Und was machst du denn da, hä? Bro, was machst du da? Ich chill ein bisschen im Sitz, Digga. Ja, aber ich wollte eh den nehmen, weil ich glaube... Echt? Ja, ja, der ist eh krass, hä? Du, oh mein Gott, Digga, bist du blöd. Boah, der ist OP. Bro. Doch, doch, der ist OP, der ist OP. Warte, warte, lass uns zusammen fahren. Okay, 3, 2, 1, go. Ciao. Äh, Rusak, guck mal, wer dich gerade überholt. Oh mein Gott. Oh. Stop is badly. Ah, aber hä, deiner kommt ein bisschen besser zum Ende raus. Ja, ja, aber krank. Aber die Frage ist auch, ich... Oh, Bro, ich komme gut auf die Autobahn auf. Ich nicht. Ich komme sehr, sehr gut auf. Aber ich komme gut neben der Autobahn auf. Oh mein Gott, Leute, ich komme sehr... Ich gucke mal gerade, wo Rusak ist, aber ich glaube, es reicht nicht. Schade. Ja, warum nimmst du auch einfach mein Auto, obwohl ich auswählen durfte, hä? Warum? Du wolltest noch das eine, hä? Ich durfte auswählen, so wie... Warte, wie viel steht jetzt 5-3, gell? Jetzt steht es 5-3 und wir werden jetzt, Rusak, wir werden jetzt drei Autospaunner das kleinste nehmen. Oh mein Gott, das ist richtig klein. Ja! Vorbei, vorbei, Bro. Vorbei, Rusak. Vorbei. Vorbei, vorbei, vorbei. Äh, Formel 1 auch... Vorbei, Bro, vorbei. Hey, Rusak, bitte. Du bist ja... Guck mal, Rusak, du spielst das ja auch nicht zum ersten Mal. Du glaubst... Bro, vorbei, vorbei, vorbei. Du weißt, wie schlecht Formel 1 aus ist. Vorbei, 3, 2, 1, komm. Vorbei, für dich vorbei. Bro, Rusak. Oh mein Gott, das ist doch ein Rekord mit der Karre, ne? Kann doch nicht sein. Ich fliege hier wirklich, oh, schön hier einmal durch die Stadt durch. Jetzt crashe ich hier in die Hochhäuser rein und oh, weiter geht's. Ja, ich würde mal sagen, das war ein lockerer Win gewesen. Bro, ich bin nicht mehr zur Autobahn gekommen. Ich sehe mich, Freunde, die Formel 1 Autos sind so leicht, dass die einfach nicht weit fliegen. Die sind zu leicht. Deswegen, auf Leichtigkeit kommt es nicht immer an. Besonders, wenn man zu viel Carbon verbaut hat. Und jetzt können wir das erste Japan-Auto auswählen. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei den Japan-Autos angekommen. Und wie viel steht's eigentlich? Äh, 6,3 für mich. Verdammt. Und ich werde das Rainbow-Auto nehmen. Also ich denke mal, darüber wollen wir auch nicht reden, ne? Darüber... Falsch entschieden, Bro. Falsch entschieden. Falsch entschieden. Falsch entschieden. Sei selber ehrlich. Glaubst du das wirklich? Ja, ja. Okay, dann fahren wir, Bro. Dann fahren wir. Okay. Falsch entschieden, Bro. Guck mal, wer hinten ist. Oh, ich... Oh, du... Oh, ey, ist gar nicht so schlecht, Meiner. Ey, guck mal, wer vor dir ist. Oh, ich sehe. Aber Meiner, es kommt nicht außer Kontrolle. Ja, ich sehe es. Vielleicht landest du im Wasser? Oh, oh, nee. Ja, im Wasser? Nee, nee, ist okay. Bro, du bist im Wasser gelandet. Nee, nee, ich bin auf der Autobahn. Wo bist du? Autobahn, ich roll gerade aus. Nein! Bin ich weiter? Du bist weiter wie ich. Ja! Ich bin halt besser geflogen und ausgerollt. Meiner ist einfach, der hat komplett nach der Rampe die Kontrolle verloren. Ich konnte nichts machen, aber GG. Es steht, glaube ich, 6. 6,4. 6,4 für dich, Russack. Gar kein Problem. Für mich meine ich ja, für mich meine ich ja, Russack. So, jetzt bauen wir drei Autos und eins für den Gegner. Eins. Ja? Zwei. Drei. Nein, ich finde es nicht. Ich habe schon gewonnen. Nein, ich finde es nicht. Bro, ich habe schon gewonnen. Bro, das zählt nicht. Doch, doch, doch. Das ist ein Auto. Das zählt nicht. Was für ein Auto soll ich denn, Russack? Bro, hier, fliegt wieder mit dem Schrottding. Bro, Russack, guck mal dein Auto an. Bro, er kann nicht fahren. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Boah, Russack echt stark auf Wiedersehen. Ja, das ist easy. Alter, ich sage dir ehrlich, der war richtig schnell. Die Schrottautos sind wirklich, die dürfen wir nicht unterschätzen. Das sind wirklich geisteskranke Autos. Und hier haben wir jetzt 7,4 für, wow. Stani Buddy. Blöf. Easy. Ja, ja, easy, Digga. Das ist einfach Schummlerei. Ja, Russack, du bist einfach schlecht. Was nimmst du? Komm, jetzt entscheidest du nicht eh wieder falsch. So, jetzt haben wir wieder ein Battle hier. Ein Japan-Battle, Leute. Und zwar, wir haben hier einmal ein Skyline und so ein... Bro, ich will den Skyline nehmen. Sorry, Bro, ich muss den anderen nehmen. Wir haben hier einmal den Skyline und einmal das andere. Oder was ist denn der andere? Das ist doch hier so ein... Bro, das Ding ist, ich wollte in den Skyline reingehen, damit du den besseren Wagen nimmst, aber wenn ich in den schlechteren... Ja, okay. Russack, Russack, fahr. Guck mal, er fällt da runter, Leute. Er kann nicht mehr überreden. Junge, los, Russack, fahr. Dann gehst du direkt in den anderen. Hey, du warst gerade einfach weg gewesen bei mir, aber... Hey, was machst du, Russack? Mein Auto backt vor Ruhm. Warte mal. Ja, ich hab's dir doch gesagt, dass dein Auto rumbackt. Junge, ich hab... Bro, selbst meine Spritanzeige ist weg. Ja, dann ist das Auto kaputt. Du hast das Auto kaputt gemacht. Warte, ist kaputt. Jetzt ist wieder da die Spritanzeige. So. Die Krimitanzeige ist wieder da. So, ich seid ehrlich. Ich komme sehr gut weit. Okay, jetzt fahr ich. Ja, ich bin auf jeden Fall bis zum Ende der Autobahn gekommen. Wir werden dich jetzt mal kurz beobachten. Russack, als ich bin gespannt auf die... Oh, oh, was? Ja, guck mal, wo ich hinfliege. Ja, okay, du bist weiter. Achte mal, achte mal, wo ich hinfliege. Achte mal, wo ich hinfliege. Ja, ja, aber du bist weiter. Bama, ein Gedütschenswasser. Nein, hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen? Ich war direkt hinter dir. Nee, im Wasser? Nee, ich war direkt hier. Oh, nein, Leute. Ich hab dich hops genommen. Wie, wie, Alter. Aber immer mit der Politik dann, die falschen Autos einsteigen, das bringt mich ganz schön durcheinander, sei ich dir ehrlich. Ja, siehst du, da hab ich dich hops genommen, hab ich doch gesagt. Aber jetzt, Russack, gibt es ein Auto, und das muss der Gegner fahren. Zack. Burger-Shot-Auto, stark, Russack. Bro, aber das ist so ein gemoddelter Benz, das kann schon gut sein. Aber, Russack, du hast... Bro, willst du mich veräppeln? Das ist ein Hypercar, was ich hier hab. Wow, entspann dich. Wie viel stehst du da? Ich weiß gar nicht. Ich glaub, sieben, fünf. Ja, nee, 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 nee. Oder, ich weiß, wir sehen auf jeden Fall die Anzeige hier drinnen, Leute. Und der Gewinner wird dann eh in der nächsten Folge das krasse Auto kriegen. Oder direkt am Ende, würde ich sagen, sogar. Drei, zwei, eins. Der ist gut. Der ist stark. Ja, ja, Bro, der ist ultra stark, Bro. Der ist tausend. Der hat tausend geschafft, Digga. Ich hab andere... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, Bro, der ist krass. Das Auto macht noch einen Rekord. Bro, nein, nein, das soll ich auch nicht. Deins? Ich bin so weit hinten. Ich bin auf der Autobahn. Nein! Mein Auto war übel gut. Wow, das ist so das Ding. Wer weiß schon, irgendwie so scheiß LKWs und sowas sind plötzlich gut. Boah, jetzt aber schwierige Entscheidung. Und zwar, es gibt hier einmal den Diamond Platin Nissan Sky... Okay, okay. Er nimmt direkt den Diamond Platin Nissan Sky... Ja! Nissan Sky... Nissan GTR. Nissan GTR meinte ich natürlich. Ich nehme den normalen GTR. Ich bin gespannt, welcher besser ist, Bro. Wir haben ja relativ... Es sind ja relativ gleiche Autos. Aber ich sage dir, Russack, meiner ist besser, weil deiner ist kaputt. Wegen dem ganzen Ding. 3, 2, 1, go, komm. Und... Oha, du bist besser. Tschüss, Russack. Äh, 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 äh... Aber vorher, du, du fängst dich nicht, landest auf dem Kopf. Und dann hole ich dich ein, wenn wir ein bisschen Autobahn fahren. Guck mal hier, guck mal hier. Ich brauche nur noch keine Anfänge. Ich brauche nur noch keine Anfänge. Nein, ich bin gegen LKW gekleitscht, Bro. Hättest du das nicht schafft? Ich hätte dich, Bro. Wirklich? LKW hat mich ausgebremst. Guck mal, wie knapp. Das hat dich safe ausgerollt. Safe eigentlich. Neunfünf, oder? Neunfünf für mich, Russack. Nee. Ich glaube, acht, sechs oder sowas. Ja, acht, sechs. Ihr seht, wie gesagt, jeder hier die Dings. Okay, Russack. Ich habe gewonnen. Das heißt, wir spawnen random Autos. Und zwar fünf random Autos. Und jeder kann sich eins, also aussuchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. GG, 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 GG. GG, Bro. Was denn, GG? GG, Bro. Bro, du hast eine G-Klasse. Was lagerst du? Das ist nicht irgendeine G-Klasse. Was ist das für eine G-Klasse? Die Blümchen-G-Klasse. Ja, aber ich sage dir, die fliegt nicht so weit. Glaub mir. Bro, GG. Nein, nein, guck mal, ich habe GG. Guck mal, ich habe GG. Ich habe den 135i und das ist GG. Ja, GG, Bro. GG. Ja, ey. Du hast keine Chance. Was laberst du, Russack? Du hast absolut keine Chance, dass das Comeback ist. Okay, drei, zwei, eins. Fahr doch los, Kleiner. Ja, GG, GG. Bro. Hä? Was? Ciao! Hast du gesehen? Hast du gesehen? Bro. Gehst du doch? Hast du gesehen? Hä? Bro, du hast mich zu... Ey, du hast mich zu dir teleportiert im Fluss. Äh, Bro, ich wollte dich spektraten. Bro, warte, 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 da, komm mal kurz her, wieder in den Start. Steig mal ein, steig mal ein. Ja, ich spektrate dich eh. Fahr mal, fahr mal, fahr mal. Ja, okay. Ich glaube, das ist das Auto, Leute, was sogar über, ja, Alter, wie schon erfährt der? Cool, 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 cool. 1100 eigentlich, aber der fliegt so gut. Guck mal. Bro. Guck mal. 1100 nur, aber guck mal. Bro. Aber ey. Cool, wir clean. Ja, der fliegt schon clean, aber ich sag dir ehrlich, da hinten war ich auch schon mit... Obwohl, nee, soweit war ich, ich glaube, das Rekord. Cool. Das Rekord. Ich war, ah! Ey, ich war mal mit einem Auto weiter, hast du gesehen? Äh... Mit einem Auto war ich sogar weiter gewesen. Hier, hier, hier. Keine Ahnung, Bro. Ja, ja, mit eins gleich weiter. Okay, 8, 7 für Russack. GG, Leute. Für dich, immer noch. Äh, für mich meine ich noch. Ja, aber du hast einen Punkt hier gemacht. Aber ich mach jetzt noch einen Punkt. Oh, Brabus gegen Brabus. Boah, du bist... Oh, nicht schlau, Russack. Der B63 ist Gottauto. Der B63 ist... Doch, 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 real rap. Bro, ist das der Polizei oder nicht? Egal. Nein, das ist der Polizei, Brabus, den du hast. Bitteschön, Bro. Ich werde dich trotzdem aufstellen. Fahr los, Fahr los. Den wirst du nicht hochnehmen. Den kannst du nicht hochnehmen. Guck mal hinter dir. Guck mal hinter dir. Ja, vorbei, Russack. Das ist Gottauto, was ich habe. Guck mal hier. Das schaffe ich locker. Und damit schaffen wir es auch. Sehr, sehr... Oh, ja, guck mal hier. Oh, komm, komm, komm. Oh, nein, wie schafft es genau in die... Oh, mein Gott. Ja, vorbei. Junge, ich fahre hier noch einen schönen Spaziergang. Einmal durch die halben Karte. Ich denke mal, Russack, da wirst du eh nicht hinterher kommen. Ich bin auch gut weit gekommen und bin leider nicht so weit. Ist okay, 9,7. Ja, ich glaube, 9,7 müsste das jetzt stehen. Und wir werden jetzt so machen, Russack. Ja. Zwei Autos und eins auswählen. Okay. Eins, zwei. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht. Oh, mein. Bro, was kriege ich heute für Autos? Was kriege ich heute bitte für Autos, Russack? Ich check's selber nicht. Aber denk dran, zum Ende gibt es ja immer noch zwei Punkte. Also, wenn du das schaffst, dann weiß ich auch nicht. Fahr los, Russack, fahr los. Oh, hä, der ist gar nicht so schlecht. Meiner ist gut. Meiner ist stabil. Also, es schlägt gut. Meiner ist gut. Also, Autobahn Ende so. Und ich kann gut landen. Ja, ich bin über gut gelandet. Ich fahr sogar noch. Ich fahr Autobahn. Ich fahr gut Autobahn. Ich roll mit den Besten. Wo bist du? Hä? Nee, du bist weiter. Du bist weiter. Was? Bro, als ob dieser Zukunft Mercedes gegen normales GTA-Auto verloren hat. Also, manche GTA-Autos sind echt absolut overpowered. So, wir werden jetzt mal gucken hier. Oh Gott. Der Reifen oder der Gigahorse? Das ist jetzt die Frage. Digga, ich nehme den Reifen. Oh, ich glaube, du falsch erscheint. Ich sage, ich glaube, der Reifen ist nicht so krass. Ich weiß es nicht. Das war echt schwierig. Oh Gott. Oh nein. Ich glaube, ich schaffe es nicht mal genau anzulaufen. Ich habe es gesagt. Der Reifen ist nicht so stark. Oh nein. Niemals. Doch, doch. 900. Was? Ist okay. Ein bisschen schwer zu lenken gewesen, aber ich habe ihn unter Kontrolle. Bist du überhaupt? Ich schaffe es nicht mal auf die Autobahn vorne raus. Ja! Nein. Ausgleich, Bro. Ausgleich. Jetzt das Letzte retten. Nein, du wirst jetzt auch mal einmal. Oh mein Gott. Wir spawnen jetzt fünf Autos und eins auswählen, Bro. Eins auswählen, fünf Autos. Das ist die letzte links hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ciao, Bro. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Bro. Ey, Bro, ich spieg nur LKWs. Ciao, Bro. Ciao, 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 ciao. Was haben wir schon mit dem? Oh nein, er hat Knuckles. Ich hab Knuckles, Bro. Ciao, ciao. Ciao. Das ist ein Flugzeug. Ciao, Bro. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Das zählt nicht. Ja, okay, Bro. Mach nur nicht so viel Auge. Ja. Mach nur nicht so viel. Ciao, ciao. Ciao. Was ist denn mit deiner Untertasse da? Bro, ciao. Das ist... Das haben wir los. Ciao, Bro. Okay, fahr los, komm. Fahr los. Oha. Digga. Bro. Digga, was? Äh. Es wird übel knapp. Wir sind übel... Guck mal, ich bin genau neben dir. Oh mein Gott. Bro, was geht? Oh mein Gott. Das kommt jetzt aufs Ausrollen an. Hast du gesehen? Nein. Nein, ich hab nicht gut ausgerollt. Ich bin gecrashed leider. Nein, 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 nein. Nein, ich bin auch ge... Nein, ich bin schlechter gecrashed. Oh mein Gott. Wie? 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 Ja, ich glaube, ich könnte jetzt noch unentschieden machen. Nee, ich könnte doch gewinnen. Aber ich darf auswählen. Ich darf auswählen. Äh, nein, nein, nein. Hä? Das ist fest von Anfang an. Wie? Nein, ich darf auswählen. Nein, das ist fest von Anfang an, Bro. Ich hab doch gesagt, ich hab das Godzilla-Auto. Und jetzt? Das ist immer das Auto, was zwei Punkte gibt. Du hast dein Auto. Ich will aber das Godzilla-Auto. Nein, du hast dein Auto, Russland. Das sind immer die Autos von den jeweiligen Fahrern. Ja, okay. Dann hast du keine Chance. Ja, ich gönn dir den Sieg. Ich gönn dir den Sieg. Vom Herzen, Russack. Letztes Mal, du hast ja auch gewonnen. Okay. Okay, bist du ready? Drei, zwei, eins, go. Nein, ich hab verlaut. Haha. Jaaaa! Bro, haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Äh, Russack, ich glaube, ich gewinne, ne? Russack-Statement. Ja, ey. Warte. Guck nach unten. Guck, du GPS. Guck, GPS. Guck, GPS, Bro! Nein! Ich bin hier! Nein! Oh mein Gott, du hast dich nicht ausgeladen können. Du bist am Kopf gelandet, du Idiot. Nein, wir haben wieder verloren. Du dumm Kopf. Du dumm Kopf, du dumm Kopf. Leute, in der nächsten Folge werde ich euch trotzdem das andere Secret Auto zeigen. Wir haben es leider wieder nicht wie gruselig geschafft. Was gibt's? Ey, Schadier, Alter. Was ist der große Auftrag, Bro? Bro, der König von Dubai hat zwei Influenzeiten gelernt. Dich und mich. Was? Und der, wer weiterspringt in Dubai bei dem Stadtsprung, bekommt es. Und XXL 100 Millionen Dollar. Dubai-Mobil. Alter, was hast du hier für ein Auto, Russack? Wollen wir auch noch von mir fahren, oder willst du? Bro, ich bereite mich für den Stadtsprung vor. Entspann dich. Was? Ich spring gleich so. Wir sehen uns in Dubai. Juhu! Wow, Leute, Alter, was ist denn mit Russack los? Der ist auf jeden Fall gut vorbereitet. Ich sag euch ehrlich, das heißt, wir müssen zum Flughafen. Und jetzt geht's mal nach langer Zeit wieder nach Dubai. Ich wollte ja eh ein paar neue Autos aus Dubai holen, weil ihr wisst, da gibt's immer die absolut krassesten Hypercars überhaupt. Autos aus Dubai sind und bleiben einfach die krassesten, weil da kann man tunen, wie man will. Und das ist einfach so das Heftigste. Ab geht's nach Dubai! Alter, hä? Russack, wir sind doch hier gar nicht in Dubai. Hä? Was sollen wir denn hier machen? Wir wurden hier abgesetzt, weil die Strecke führt zu Dubai. Fahr mal schneller! Jetzt guck mir das. Oh Gott, was ist das für ein Auto, Leute? Das sind über hyper Dubai High-Auto. Wow, was ist das denn? Okay, der meint ja, wir sollen Stadtsprung machen. Und da vorne ist Dubai. Wie krass ist das bitte? Und Leute, wir haben jetzt die Challenge bekommen für Stadi Performance. Aber ich denke mal, ich werde das eh locker gewinnen, weil ich mich auch extrem gut mit Autos auskenne. Und Russack kennt sich nicht so gut mit Autos aus, würde ich sagen. Und zwar guckt euch das mal bitte an. Hier stehen jetzt verschiedene Autos, die man auswählen kann, um über Dubai zu springen. Und das Auto, welches weiter bekommt, bekommt einen Punkt. Und am Ende werden wir die krassen OP-Rainbow-Autos gegeneinander antreten lassen. Und zwar das ist mein Rainbow Knuckles Urus, der absolut krass aussieht und 10.000 PS hat, gegen Russack seinen OP-Lambo. Und diese Autos werden aber jeweils zwei Punkte geben. Aber ihr würdet das schon verstehen, Leute, das ist gar nicht so kompliziert. Um jetzt aber erstmal anzufangen, Russack, du weißt, wie es geht. Und zwar, wir müssen jetzt erstmal ein random Vehicle spawnen. Oh, was ist das denn für ein Truck? Bro, das ist dein erstes Fahrzeug oder was? Das ist mein erstes Fahrzeug. Bro, schämst du dich eigentlich, oder? Ja, ich bin gespannt, was du für ein erstes Fahrzeug... Ja. Okay, Russack, du kannst vorfahren. Bro. Los. Ich weiß nicht, ob ich durchpasse. Doch, ich passe durch. Oha, der ist aber schnell. Unnormal. Bro. Oh. Oh mein Gott. Oh nein. Äh, nein. Ich hatte da einen Fehler gehabt, Bro. Nein. Wie Fehler? Mein Auto ist ganz irgendwo hängen geblieben. Das gibt's doch gar nicht. Ist nicht abgesprungen, oder was? Ja, ist hängen geblieben. Dürfen wir das doch mal wiederholen, oder was? Ja, wiederholen. Okay. Außer es bleibt die ganze Zeit hängen. Dann hast du einen Hänger. Okay, wir dürfen doch mal wiederholen. Also werden wir das auf jeden Fall machen. Das war ein Fehler der Strecke gewesen. Also das dürfte... Ah, seht ihr, Leute? Ich hab mich so gut ausrollen lassen, Bro. Das glaubst du gar nicht. Ja, ich muss sagen, ich flieg hier ein bisschen wild. Aber ich sag dir ehrlich, das kann doch nicht sein. Was hast du denn für einen kranken, krassen Bodenwagen gehabt, ey? Oh, warte mal. Der war gut. Der hat 1000 Gramm H geschafft. Leute, wir können uns ausrollen lassen. Wir können uns ausrollen lassen. Das ist das Gute. Ah, da musst du aber noch eine Weile rollen, mein Freundchen. Bro, wo bist du? Warte mal, ich toggle dich mal. Oh, Russack ist noch ein Kilometer vor mir. Das sieht man links unten auf der Karte. GG, Russack. Erste Runde ging an dich. So, Russack. Jetzt wirst du dir das erste Auto auswählen. Das ist immer ein extremer Vorteil. Bro, rot natürlich, weil ich selber rot mag, Bro. Okay, der GT 63 ist... Oh, der ist nicht... Nein, der war schlecht gewesen. Naja. Der Bouncer, das ist ein Bouncer. Aber der Bouncer... Oh, nein, der... Bro, einen Bouncer musst du einfach nur kontrollieren können. Verstehst du? Ja, Russack. Warte mal, ich stelle mich mal hin. Er schickt 1-0 für mich. Ja. Ich bin fast bei dem Dubai-Auto, mein Freund. Fahr los. Okay. Oh. Ich muss nochmal starten. Du wirst nochmal neu starten, aber... Ich bin gegen die Wand geknallt am Anfang. Wow. Leute, ist das clean. Wow. Ja, meiner ist gut, Bruder. Bro, aber ich glaube, deiner ist nicht so gut wie meiner. Sag ich die Real Rap... Was? Hörst du gut auch? Oh Gott. Ich seh dich fliegen. Ich seh dich fliegen. Ja, ich fühl gut, Digga. Ich muss noch ausrollen, Leute. Ausrollen. Ausrollen ist erlaubt. Rollst du da unten noch? Ich roll da unten noch. Russack ist direkt hinter mir. Oh! Ja, das war's, Russack. Wie? Ich roll doch noch. Ich muss da auch noch ausrollen. Nein. Nein. Ich gebe keinen Gas. Nein. Ich gebe keinen Gas. Ich gebe keinen Gas. Was? Dude. Ey, das gibt's doch nicht. 2-0. Bro, ich hab keinen Gas gegeben. Ja, ich glaub dir. Ich hab einfach nicht... Ja, aber ich bin auch, glaube ich, weiter geflogen. Weißt du? 2-0 für Russack. Schade. Okay Russack, jetzt spawnt jeder ein random vehicle und das tauschen wir. Okay? Ja, okay. Und zwar, ich gebe dir das out. Oh mein Gott. Aber ich glaub, den hatte ich... Nee, der war krass. Nee, der war nicht krass. Der war nicht krass, Bro. Bro, der wird krass sein. Nein, das ist zwar, Leute, der super... Bro, entspann dich. Du hattest den bei kaputter Strecke-Experiment, okay? Nein, der war... Nicht bei Weitsprung. Stimmt, stimmt, stimmt. Du kleiner Nubi. Ich hör dich so hops. Jetzt guck ich dir an. Achtung, Achtung. Ich mach ne Durchsage. Wuhu. Ey, du bist richtig abgehoben, Russack. Ich sag dir ehrlich. Guck mal, auf Wiedersehen. Oh, ich bin gespannt. Oh mein Gott, der nicht... Oh, nee, so schnell ist er nicht. Nee. Wie schnell ist er? 900. Äh, Russack, guck mal hinter dir. Tschüss. Oh, ich seh's. Oh, Bro, du wirst von einem normalen GTA-Auto abgezogen. Ja, Bro, wie du's gesagt hast, der ist halt nicht so gut. Was sollen wir machen? Aber ich bin gespannt, ob du noch ein bisschen... Ja, du bist gelandet. Ich geb keinen Gas, aber er rollt nicht so weit. Oh, eigentlich. Das ist das normale GTA-Auto fast weiter. Nee, ist weiter. Ach so. Als die anderen, Bro, als die anderen da vorne. Weg mit dir, Jo. Das war wohl nix. Ja, okay, 2-1, oder? 2-1. Du darfst das nächste Fahrzeug auswählen. Natürlich. So, ich darf das nächste Fahrzeug auswählen. Ja. Und hier gibt's einmal Aventador gegen Königsex Agera. Oder Area. Ja, doch, Agera müsste das sein. Ja. Ich nehme natürlich Lamborghini Aventador. Oh mein Gott, bist du blöd. Nein, nein, nein. Das ist ein Agera RS, okay? Ja, okay. Aber das ist auch eine special Variante mit Carbon Aventador. Äh, Carbon S ist das, weißt du? Bro, guck mal, ich geb gar... Boah, Bro, das ist super geil. Nein, du hast kein... Wie schön bist du? Bro! 1300! Waaah! Bro, aber guck mal hinter dir! Was? Guck mal hinter dir! Ich hab Angst! Guck mal hinter dir! Ich flieg doch gut! Fliegst du über mich drüber? Tschüss! Was? Tschüss! Oh mein Gott, hier ist überall Wüstenseit auf mein Auto. Und wir... Ja, ja, guck mal hier, das ist... Oh! Ey! Das ist neuer Rekord-Rusack mit der Karre. Ja, ich seh's gerade. Ich geb grad kein Gas mehr, aber wir kommen fast über ganz nach Dubai. Bro, du hast... Ey, Mann! Ich seh dich gerade. Also das war... Ich sag dir ehrlich, ich werd ausrollen lassen. Guckt euch mal das an, hier ist voller Sand das Auto. Alter! Holy moly! Oha, du bist echt voller Sand. Was hast du mit dir getan? Ja, hier ist Sand halt viel. So, ich bin jetzt sogar abgebremst. Also ich würd mal sagen, das war Hälfte von Dubai gewesen. Viel hat nicht mehr gefehlt. So, Russack, das heißt... Ja? Wir werden jetzt zwei Autos spawnen und jeder dürfte sich ein Auto auswählen, okay? Okay. Okay. Eins. Oh! Okay, warte, warte, warte. Oh! GT 63, Mercedes, Leute. Ja, okay. Und das Auto ist sehr stabil. Ich kenn die Performance von dem Auto, das ist übertrieben krass, der Wagen. Ich nehm den gefakten Audi e-tron. Ja, okay, nimm den. Du kannst fahren, Russack, ich bin direkt hinter dir. Also wenn ich hier nicht gewinne gegen dich, dann weiß ich auch nicht. Elektro Power! Wow! 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 Meiner war richtig schlecht. Schaffst du es nicht mal auf die Strecke? Doch. Ey, das ist mit das beste Auto. Yo. Ich glaube, der könnte sogar an den Lamborghini rankommen. Boah, meiner war so schlecht. Also sonst hätte der rankommen können, aber der war echt stabil gewesen. Easy. Ich glaube, es steht mittlerweile 3-2 für mich. Ja, okay. Ein kleines Comeback ist okay. Ich dachte, damit es ein bisschen spannender bleibt. Jetzt kommen wir raus. Bro, ich sage dir ehrlich, ich bin die G-Klasse. Nein, nimm den anderen. Nein, nein, nein. Ich bin die G-Klasse. Bro, guck mal, wie fett der ist. Ja, aber vielleicht hat der irgendwelche Supertricks oder so. Ich habe keine Ahnung. Oha. Oh, ist das Rick. Wow. Hast du gesehen, was für eine Power? Hast du gesehen, was für eine Power? Hey, der ist gar nicht... Bro, was laberst du dir? 1100. Ja, okay, du bist weiter, du bist weiter, du bist weiter. Safe. Echt? Ja, ich bin gerade mal 800 mit der G-Klasse. Hä? Bro. Äh, ich bin nicht mal ansatzweise in deiner Nähe. Ja, ich weiß, du bist halt schlecht. Ey, du hast gerade eine Mansory G-Klasse absolut zerstört. Du bist 800 Meter vorne. Ich bin weiter als der Brabus. Ich roll mich grad aus. Ich bin weiter als der Brabus. Oh, das ist aufrecht, Leute. Und guck mal, wie er rummeckert, Leute, erst. Ich wollte hier mal eine Chance lassen. Und es steht jetzt, Russack... Oh mein Gott, was ein Monster. Es steht 4-4, glaube ich, müsste es stehen. 4-4. Ja, ja, ja. Ansonsten sehen wir auch die Punkte. Ja, 3-3, glaube ich. 3-3, stimmt. 3-3 steht es. Russack, jetzt machen wir random vehicle. Drei Stück spawnen. Und das Größte müssen wir fahren. 1, 2, 1, 2. Oh mein Gott, nein. Bro, hey, du hast doch voll ein gutes Auto. Guck mal mein Auto an. Bro, das Größte. Guck mal, Motorradversuch angekommen. Warte, warte, das ist größer als das andere. Hä? Komm her. Guck mal, dieses Ding, dieses Glas ist höher. Bro, du hast recht. Du hast recht. Ist es höher? Das Glas ist höher, ja. Ja, ja. Ich werde so verlieren. Bro, du musst dir vorstellen, einfach bei größten Fahrzeugen spawnen bekomme ich ein Motorrad raus. Guck mal das Auto an. Guck mal das Auto an. Nice, Bro. Auf Wiedersehen. Ja, okay. Ich glaube, das ist der erste Dubai Jump over Dubai. Das ist hier, Junge. Bro, ich schaffe Dubai zu jumpen. Wirklich? Komplett oder was? Spectator Player, Spectator Player. Okay, warte, 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 warte. Oha. Bro, du fliegst aber neben Dubai. Ich korrigiere, ich korrigiere in der Luft. Ey, Bro, was ist das denn, Leute? Bro, das ist Rekord. Hilfe. Was ist das denn, bitte? Aber ganz rüber schaffst du es auch nicht? Nein, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, Tani. Ich falle runter. Ja, aber ich sage dir ehrlich, Roussac. Ja? Nicht schlecht, Herr Spech. Ah, okay. Also, das würde ich echt sagen, nicht schlecht. Also, das ist, ja, okay. Motor hat das Rekord, okay. Ja, so, du kannst das nächste Auto auswählen. Einmal Rainbow Lamborghini gegen einen absolut krass getunten Honda Civic Air, Bro. Timer. Ich schaffe es nicht, Lambo. Lambo, Lambo, Lambo. Bro, aber guck dir, ich sage dir echt, ich glaube, der Honda würde dich abziehen. Wow. Ja, spring lieber runter, mein Freund. Ciao. Ey, Junge, du glaubst gar nicht. Fortgete. Wirklich. Ich schluck mal. Fortgete. Zieh, du. Zieh, du. Einmal abgewürdig. Ah, ja, ja, ja. Das ist das Auto. Das ist das Auto, der Typ auf TikTok, Leute. Oh mein Gott, das ist fortgete. Der so durchsteht. Das ist fortgete. Fortgete. Nee, warte mal. Hä, ist das fortgete? Das ist ein Le Manserie. Das ist Ferrari, Bro. Wie ich lost, oder was? Das ist ein Le Manserie. Vier, drei, zwei, eins. Los. Meiner ist gut. Geht. Wollst du mich? Bro, meiner ist besser. Tausend. Meiner ist besser. Echt? Oha. Bro. Tiger, wie der vorbeischiegt. Junge, das ist ein Silberpfeil gewesen. Zack, Leute. Ja, oh. Also ich glaube dir ehrlich, ich glaube so vom Jump her. Also ich glaube Rekord sogar. Das Auto hat ein bisschen Schaden bekommen, aber wow. Meiner war absoluter Müll, Bro. Also Rekord nicht, aber meiner war echt gut gewesen. Also man hat die gute Arbeit geleistet. So, jetzt kann ich mir das nächste Auto aussuchen. OP-Tool-Air, Bro. Hier, nimm mal den. Nimm mal bitte den. Hey, warte mal. Wir haben gerade ausgesucht. Ach stimmt? Nein. Ja. Okay. Drei Autos spawnen und eins kann jeder sich auswählen. Okay. Oh. Eins. Oh, ich hab bein. Oh, spawn nicht. Wie viel steht es jetzt? Äh, es steht sechs zu vier für dich. Okay. Digga, spawnen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, okay. Gott sei Dank noch. Oh, okay. Du hast noch. Noch. Aber du hast keine Chance gegen den hier. Niemals. Bro, ich hab noch. Digga, was für keine Chance. Hast du mal mein Auto gesehen? Es ist ein Benz-GP. Ja, dann fahr mal. Fahr mal. Fahr mal. Okay. Zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Hä? Sehr stark. 1.300. 1.300. Ciao. Junge, du bist schneller als der Le Mansory. Ich sehe dich nicht mal mehr. Ey, warum hab ich so einen Le Mansory? Ey, ich hab so schlechte Autos. Ja, nicht ganz. Bro. 1.280 oder sowas hat er gepackt bei mir. Ey, der ist ja absolut. Leute, das ist das schlechteste Auto. Bro, ist es schlechter als der eine Truck von dir? Bro, meiner ist unheimlich stabil. Ey, du bist zwei Kilometer vor mir gewesen. Okay, sieben, vier für dich. Aber denk mal, das letzte Auto zählt immer doppelt. Also zwei Punkte gibt es fürs letzte Auto. Und ich weiß schon, was ich... Leute, ich kann das Auto direkt nehmen. Ich kann das Auto direkt nehmen. Ich sag ehrlich. Oh, du hast dich falsch entschieden, Bro. Bro, hä, du kannst doch auswählen. Achso. Ja, das war doch... Hä? Ich war gerade so los. Okay, dann nimm dir den Mercedes. Nimm den Mercedes. Nein, 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 nein. Nimm den Mercedes. Nein, nein, nein. Ja, siehst du. Ich war gerade so... Ich war gerade so... Ich so, hä, warum steckst du... Ja. Aber ja, ich habe ja den Toulous. Der Toulous. Bro, der Toulous ist so schnell. Ist sehr schnell. 1400, 1400, Bro. Ja, hab ich es vergessen. Bro, ich fliege komplett über du mein Gefühl. Junge. Leute, was soll ich da machen? Rekord, 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 Bro, Rekord. Ich fliege hier mit einem langweiligen Brabus rüber. Och, Mann, Stani. Ich glaube, das ist das Rekordfahrzeug von heute. Oh, warte. Nein, es ist gar nicht. Ich habe gerade den Ford GT überholt. Ich habe jetzt den Lambo und den einen grünen überholt. War jemand weiter als der Lambo? Dann ist das aber nicht so krass. Du, Trussack, 8, 4 für dich. Wir werden jetzt... Wir werden jetzt machen drei Autos. Spawn und den Gegner ein Auto geben. Okay. Oh, ich habe schon... Gib mir den Lambo, komm. Nee, ich gebe dir das mit den Geschützten. Ey, Roussack. Ey, Roussack spawnt nur Müllautos. Yeah, Bro. Das war eine Stani Performance, Robi. Ist das dein Ernst oder was? Bro, das habe ich doch noch letztens bei Stani Performance im Schaufenster gesehen. Ja, das ist... Guck mal. Ja, komm, fahr los. Oh, wie sie... Boah, das geht ab, das geht ab. Boah. Verdammt, meine Scheiße. Der fährt 1.000 kmh, Bro. Bro, meine... Der fährt 1.000 kmh gefahren. Bist du schon gelandet? Äh, nee, ich nicht noch. Aber ich sehe dich. Oh, 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 das ist eine bittere Pille für dich. Ja, das war's. Es ist trotzdem eine bittere Pille. Siehst du mich vor dir? Ja, ich sehe dich. Aber ich lande voll schlecht. Ich kann nicht rollen. Ich kann nicht rollen. Ich kann nicht rollen. Ich kann nicht rollen. Ja, Bro, ich kann rollen, aber es kriegt nichts. Oh mein Gott, Bro. Ich bin auf dem Kopf gelandet. Also es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, aber ja, es hat nichts gemacht. Oh, weg mit dir. Wie weg mit dir? Ich habe dich zerstört, hä, mit deinem kleinen Mobil. 9-4 für Russack. Ey, wir haben so viel Pech. Also es hat ja nicht nur was mit Können zu tun, aber Russack kriegt einfach die absoluten OP-Autos irgendwie, Leute. Ich check das nicht. Ähm, Bro. Ja, okay, ich nehme es direkt, Leute. Bro. Ey, da habe ich wieder keine Chance. Bro, ich will ja nicht. Bro, was ist das auf dem Film? Busschen. Mein Auto ist kaputt, Russack. Äh, warte, Bro, ich hole es dir. Ich rette dein Auto. Ich will mal sagen, der Punkt geht an mich. Ja, ich habe es doch. Guck mal hier. Ja, super, toll. Ja, was soll ich gegen den OP-Truck machen, Leute? Was soll ich gegen den OP-Truck machen? Ja, okay, okay, guck dir jetzt diesen... Oh, ja, okay, perfekt, perfekt, perfekt. Du musst deine Reifen reparieren, mein Freundchen. Ja, ey, die Karre brennt wieder. Ciao. Oh, Leute, ich muss die Auto reparieren. Oh, der hat 1400 überall Dinger. Okay, ciao. Ciao, Leben, Bro. Ich kann es vergessen. Mhm. Ich hatte aber, äh, Dings, da hat Turbo drinnen, ne? Wie Turbo? Du bist nur, Russack, siehst du mich? Ja, Bro, das war so wieder komplett. Ich weiß nicht, wo du bist, Bro, ich bin aber richtig weit geflogen und sogar aus der ganzen Straße weg. Ja, guck mal, Leute, ich bin... Ich rolle zwar noch gut, aber ich bin... Ich rolle jetzt gerade, ähm... Rainbow... Ja, ja, ganz vergessen, ganz vergessen. Also... Ey, ich habe auch keine Chance. Ich kriege halt random Vehicle, die schlechtesten Autos überhaupt. So, okay, wir machen jetzt, Russack, äh, jeder spawnt ein Auto für den anderen. Okay, jeder spawnt eins. Ein Auto, ja. Okay. Ja! Was? Hä, ist doch gut. Das ist okay, ja, ist aber nicht... Hä, warum freust du dich? Guck mal, Dein ist... Oh! Was ist das denn? Nein, der Butterfly-Lamborghini. Nein. Bro, vorbei, vorbei. Aber der wird nicht so getused sein wie bei Stati Performance, das ist das Problem. Aber da ist keine Chance, Russack, sag ich dir ehrlich. Bro, jetzt habe ich dir irgendeinen Butterfly-Gil. Lügel. Oh, Leute, ich muss nie sehen. Gesundheit. Hä? Ey, der ist gar nicht so gut gewesen, ungetuned. Der ist gar nicht so gut. Aber, ey, Bro, woh, 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 woh. Nee. Also, ey, so... Warte mal! Bro. Warte mal! Es ist übel knapp. Ich seh's grad. Oh, nein! Nee, ich roll. Ich roll noch. Ich nicht, ich nicht. Mach GPS dann, mach GPS dann. Ich bin weiter, Bro. Ich bin weiter, guck mal, wo ich bin. Nein, das ist so ein kleines Stück, ne? Oh, okay. Bro, siehst du das? Ja, warte mal, ich gucke mal, wo du bist. Guck mal hier. Ich bin hier gewesen quasi. Guck mal, da bist du. Ich seh dich. Ach da, oh! Oh, okay, krass. Wirklich? Ja, das war sehr knapp gewesen. Aber 9,5 für Russack. Und das heißt aber, ich kann mir jetzt das nächste Auto auswählen. Also, es ist doch alles drinne. Und, Bro, ich nehm mir natürlich den absoluten OP High Lamborghini. Weiß ich gar nicht, was das für ein High Lamborghini ist. Okay, ja, kannst du haben, Bro. Ist gut, nehm ihn. Also, ich nehm diesen Nissan GTR. Du nimmst den Nissan GTR, du hast keine Chance. Jetzt mach ich Aufholjagd, Leute. Jetzt steht's gleich 9,7. Dann hol ich auch mit doppelte Punkte gleich zum Schluss. Und das ist vorbei. Wow! Okay, fahr los, Russack. Ja, ich will... Ey! Ja, okay, ich fahr los, Bro. Ich wollte dich noch einmal vorfahren lassen. So, ne, ne. Ich guck ruhig, wo du immer landest, Junge. Weil ich werd dich jetzt wieder überholen, weißt du? Oh, oh, du, also, du hast niemals eine Chance. Hä, der ist aber... Oh, oh. Meiner ist schlecht. Nein, er ist... Also, ich sag dir ehrlich, deiner ist schlecht, ja. Ja, aber... Meiner ist noch schlechter. Meiner ist... Noch schlechter? Noch schlechter. Als ob? Ich rolle. Ich rolle! Ich bin auf dem Kopf gelandet, Bro. Ich bin vorbeigerollt. Guck's dir an. Nein, ich hab's gesehen, die zweite Mauer. Ich bin hier, Russack. Ich bin hier, Russack. Lol, was? Oh, ich hab's euch gesagt, Leute. Neun. Ich glaub, neun, sieben jetzt so steht's. Äh, also, Russack, es ist noch alles drinne. Und das heißt, wir werden jetzt das größte Auto auswählen. Drei Autos spawnen und das größte auswählen. Mhm. Okay. Wie, drei Autos spawnen, das größte nehmen? Ja, das größte nehmen, ja. Okay, wieder das mit 1, 2... Ich hab das hier gekriegt. Bro, guck mal, was bei mir das größte ist. Wegen dem Son Goku Baby Goku. Nein, nicht das Son Goku Auto. Bro, aber guck mal, wegen dem Open, der hängt halt. Deswegen ist das Auto so hoch. Oh, Bro, aber ich glaub, ich hab dir auch ne... Ja, nee, ich hab... Vergiss das. Vergiss das, Bro. Vergiss das. Hau rein, Russack. Oh Gott, ich muss noch mal neu. Hau rein, Bro. Hau rein. Ich muss mal geradeaus. Bro, Bro. Ja, ich check mich, was Russack für random Autos kriegst, Leute. Er kriegt hier alle random OP Autos, die es gibt. Ich krieg hier irgendwelche Schmutzautos. Wie soll ich denn damit gewinnen? Ja, vorbei, Bro. Ich brauch gar nicht weitergucken. Brauch gar nicht weiterfliegen. Guckt euch das an. Bam, 10-7, oder? Guckt euch das an. Vorbei, ja, das ist 10-7, ja. 10-7, das heißt, ich muss jetzt die nächste Runde gewinnen und dann nochmal die Bonusrunde. Also ich könnte doch gewinnen, theoretisch. So, Russack, jetzt haben wir einmal hier ein Mustang und ein Golf 2, müsste das sein. Welches Auto wählst du aus? Ein getunter Golf 2. Ich nehm den Golf 2. Bro, was kann ich sein? Ich sag dir echt, der ist besser, glaube ich. Der ist gut, aber er ist nicht so gut wie der... Was? Hast du das gesehen? Was? Was? Einfach Turbo! Warte, 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 Bro, ganz kurz. Ganz kurz, komm her. Warte. Komm her. Komm her. Geh auf die Strecke. Ich will nur kurz was zum Demütigen machen. Ja, komm mal ganz kurz. Bleib mal stehen, mach nix, okay? So, und... Achtung, los geht's! Woohoohoo! Ey, das gibt's doch nicht, ey. Oh mein Gott, ey, der muss... Du hast... Vorbei. Wow! Was? Bro! Was? Was? Wie schlecht bist du, Russack? Was? Wie schlecht bist du? Oh Gott, ey, der fliegt richtig weit. Bro... Der fliegt immer noch. Bro, ich hab gewonnen. Was laberst du? Bro, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Bro. Ich hab... Ich... 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 Ich drück kein Gas, ne? Guck mal, bitte, was ich dir play... Ich drück... Ich schwör auf alles. Ich drücke kein Gas. Guck einfach mal, was ich dir play play. Ich drück kein Gas. Ja, aber das hätte ich erlauben. Du drückst ja, machst ja Boost. Das fehlt nicht, Bro. Ey! Nein, 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 das zählt nicht. Ich drück kein Gas, hallo? Nein, 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 das zählt nicht. Das zählt nicht. Ich drück kein Gas. Ja, okay. Das kannst du in den Rentnerklub erzählen oder so. Ja, okay. So, 10, 8. Und das heißt, wir werden jetzt noch mal jeweils fünf Autos spawnen und eins davon auswählen. Und dann kommt das Finale. Und ich kann immer noch locker gewinnen, Leute. Das ist geil. Aber ich muss jetzt die Runde für mich entscheiden. Also, ich muss jetzt gewinnen. Und dann kriegen wir das Dubai-Auto. So, fünf Autos. Eins, zwei, drei, vier. Och, Bro, ich hab ein geiles Auto. Ich hab ein geiles Auto. Einmal darf ich noch. Einmal darf ich noch, weil das war ein Anhänger. Ja. Eins aus... Oh. Ja, Motorrad kann ich nicht, Bro. Ich hab keinen Kontrolle angeschlossen. Das ist das Ding, Leute. Deswegen... Oh, Bro, du bist vorbei dann für dich. Ich hab auch keinen Kontrolle angeschlossen, aber das für dich ist es vorbei. Oh. Oh mein Gott. Ey, nimm mal kein Motorrad. Das ist unfair. Ich weiß, ich hab ein Kontrolle dran. Okay, 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 okay. Einverstanden. Guter Call. Warte, ich krieg das eine Auto hier, den ich wegsehe. Weil das hat ja nichts mit Weitsprung zu tun, weil da kannst du ja durch den Glitch, kann man ja durch die ganze Karte fliegen. Aber ich habe hier einen schönen BMW M6, Bro. Oh, dein Auto sieht nicht gut aus. Nee, ich will es auch gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich nehm den Ferrari... Nein, nicht löschen den Ferrari. Nee, nee, ich wollte ihn nicht löschen. Okay. Ich dachte gerade, du löschen den. Den nehm ich. Ja, dann nimm den. Das ist dein Ende, Bro. Niemals. Weil auf alten Pferden rennt man springen. Ja, dann fahr los, fahr los. Ferrari. Los, fahr los, fahr los. Warte, 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 warte. Und go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Oh mein, 1400. Ciao, 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 ciao. Ciao. Und damit ist es so wichtig. Bro, ich fliege bis zum Ende. Bro, guck mal hinter dir. Guck mal hinter dir. Wie? Guck mal hinter dir, mein Bester. Guck mal über dir. Guck mal über dir, mein Bester. Ich sehe dich nicht, Bruder. Guck mal über dir, mein Bester. Nein, ich bin hängen geblieben. Guck mal über dir, mein Bester. Wow. Wo bist du gelandet? Bro. Wo bist du? Das ist Hacker BMW oder so. Guck mal, wo ich bin. Toggle mich mal. Toggle mich mal. Was? Ja. Digga. Das Auto, Bro. Es steht 10, 9. Ach nein. 10, 9. Und jetzt, das heißt, die letzten beiden Autos geben zwei Punkte. Das entscheidet das Ganze. Das ist die Entscheidung? Das ist die Entscheidung. Die letzten beiden. Ich nehme das Doppelsauto. Du nimmst den Dingsauto. Und wer jetzt gewinnt, Leute, gewinnt das Battle und kriegt das Dubai Königsauto. Boah, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wer das kriegt. So, ich nehme das OP-Auto. Du nimmst das andere OP-Auto. Auto runter. Oh, Bro. Ich sag dir, du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Du sagst, du hast keine Chance. Ich sag dir, real rap. Das Auto, das Auto, was ich jetzt habe, das wird Rekorde brechen. Bro, guck mich an. Als erstes mache ich Licht an, ja? Und dann mache ich meine Blitze an. Okay, let's go. Okay, drei. Drei, zwei, eins, go. Ah, ich habe gecrashed. Ich habe gecrashed. Nein, Leute. Ich kann aber noch... Meiner ist nicht so stark. Bro, meiner ist okay. Meiner ist... Oh, Bro, ist zu schnell. Ich weiß nicht, wo bist du, Russack? Warte mal, ich toggle dich mal. Nein, Meiner ist voll schlecht. Meiner ist... Bro, ich sehe dich vor mir. Ich roll gut, ich roll gut, ich roll gut, ich roll gut, ich roll gut. Ich mache gar nichts mehr. Nein, ich bin gecrashed. Ja! Beim Rollen gecrashed gegen Auto. Nein, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Ja! Bro, das war die leckten Stauber ever. Äh, Russack? Äh, Russack, ich weiß, dass du nicht bist. Bro! Was geht ab, Alter? Bro, was willst du von mir? Ich habe hier ein bisschen Sand mitgebracht aus. Dubai, denn wir werden heute über die Millionärs, Millionärs, Superluxus Dubai gegen gesprungen. Hey, wir sind schon über Dubai gesprungen, Bro. Aber wir sind über die Autobahn gegen geflogen. Heute über die krassesten, reichsten Gegner der Welt. Da, wo die Milliardäre sind? Wo die größten Häuser der Welt stehen. Um wie viel geht's? Um wie viel geht's? Um wie viel geht's? Um wie viel? Bro. Sag's mir. Es geht heute um zu viel. 500 Euro, Russack. Komm jetzt. 500 Euro. Warte, ich komme. Leute, wir werden jetzt zu der Milliardärsstadt fahren und werden da gegen Russack die Stadtsprung-Challenge machen. Let's go! Guckt mal bitte, wo wir hier sind. Und zwar da unten ist nämlich Dubai. Aber das ist ein komplett anderer Stadtteil von Dubai. Mit den Burj Khalifa. Das höchste Gebäude der Welt ist da, Freunde. Und wir werden heute über diese Dubai-Karte mit den Autos springen. Und zwar, guckt euch das mal an. Hier vorne ist die Rampe. Wir werden mit all den ganzen Autos, die da stehen, werden wir einmal hier abspringen. Und das Auto, was weiterkommt, hat die Runde gewonnen. Wer am Ende mit den meisten Autos am weitesten springt, Leute, bekommt 500 Euro. Mein heutiger Gegner, wie ihr ja schon wisst, ist Russack. Russack, ich sag dir ehrlich, das wird heute nicht gut für dich aussehen. Sorry. Warte, du überfährst mich direkt, Mann. Ey, Russack, hast du mal geguckt, was wir heute für verrückte Fahrzeuge haben? Bro, guck mal, was das hier ist. Was ist das denn hier? Das ist einfach so ein Bro-Beton-Plattmacher oder so. Keine Ahnung, was wir den nennen. Ja, damit mach ich dich platt, Alter. Wenn ich dich... Ey, ich fahr einfach mit dem in Staddy-Performance. Hä? Was ist das für ein Auto? Da ist einfach ein Spiele-Automat drin. Hä? Hä? Bro, das ist das Sioux-Fahrzeug. Wie? Das ist das Sioux-Fahrzeug? Du weißt es nicht? Soll ich dir zeigen? Ja, zeig mal. Ich bin gespannt. Sag mal Sioux, Sioux, Sioux. Sioux, 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 Sioux. Äh! Was macht der denn da? Sioux ist gekommen. Das ist das Monkey-Fahrzeug. Monkey-Fahrzeug. Wie krass ist das denn? Hä? Was macht er denn hier? Und dann haben wir hier so eine krass verrückte Autos, mit denen wir heute über Dubai springen werden, Freunde. Das wird auf jeden Fall ziemlich krass werden und es geht, wie gesagt, um 500 Euro. Um zu entscheiden für Level 1, wer anfangen dürfte, sich die Autos auszusuchen, werden wir wie immer ein Random-Vehicle-Battle machen, Russack. Let's go! Oh! Wo ist das? Wo ist das? Wo fliegst du hin? Äh! Ich hab ein Burger-Shot-Auto, Bro! Äh, Bro, guck mal, was ich für ein Auto hab! Hä? Das hab ich ja noch nie gesehen. Oha, du hast Noppen drin vorne dran. Das bringt dir absolut gar nichts. Bro, was ist das denn für ein... Oh! Was ist das denn für ein OP-Truck, Junge? Ich check's gar nicht. Ich würd sagen, jeder nimmt ein bisschen Anlauf und dann geht's los, ja? Okay, Russack! Oha! Oha! Digga, erste Fahrzeug? Hast du ein OP-Fahrzeug schon? Oha! 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 Ich hab's einfach komplett geschafft, Bro! Du bist drüber geflogen? Ich bin drüber über Dubai geflogen. Bro, guck mal, wo ich bin. Ich bin hier beim Fußballstadion gerade mal. Ja, weil du schlecht bist. Das heißt, der erste Punkt geht an mich! Ja, Russack, jetzt haben wir die Auswahl. Wir wissen, BMWs sind die stärksten Autos überhaupt. Ja? Und ich werde den BMW hier nehmen, Bro, weil der andere ist Müll. Falsch entschieden. Nein, 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 der andere ist Müll, glaub mir. Der andere, der ist OP. Der ist richtig stark. Und guck mal, hier ist sogar ein Hufeisen dran. Und das Hufeisen ist nach oben, weil da das Glück reinfällt. Und dieser BMW wird deinen auf Wisch bestellten Sportwagen komplett auseinandernehmen. Bro, hast du nicht gesehen, wie der Sponsor von meinem BMW ist? Ich sag dir ehrlich, deiner sieht zwar krasser aus, deiner ist aber nicht krasser, Russack. Bro, mein Auto wird von Panasonic gesponsert, okay? Ja, okay, Russack, du musst vorfahren, los! Ja, okay, 3, 2, 1, go! Oha, wie schnell bist du? Äh, Russack, ich bin ja... Bro, das ist okay. Der fährt 1200. Ja, ich hab's doch gesehen, wie du... Bro! Digger, du cheatest das erste Fahrzeug über, du bei zweitem Fahrzeug. Was? Bro, guck mir zu, ich schaff's nicht mal vielleicht auf die Insel. Warte, warte, warte. Guck schnell zu, guck schnell zu, guck schnell zu! Ja. Nein! Bro, was? Was? Aaaaah! Ey, Leute! Ey, guck mal, was ich für OP-Fahrzeuge habe! Äh! Bro, ich Russack, es steht... Was? ...2-0 und ich bin absolut in Führung, Junge. Du kannst ja gar nichts! Ja, Bro, weil du irgendwie cheatest, als ob du zwei Fahrzeuge über Dubai springen wirst. Direkt am Anfang. Zwei Fahrzeuge direkt! So, Russack, jetzt geht's weiter! Und zwar... Ja, Schummlerei, Schummlerei. Bro, wir werden das jetzt so machen, ne? Zwei Autos und du darfst dir ein Auto auswählen. Ah, okay, Motorrad bin ich... Ja, oh! Oh nein, der ist wieder OP oder so! Bro, ich glaub, der ist cool, aber nicht OP, sag ich dir ehrlich. Ich hab ein Auto weggespawnt aus Versehen. Ja, das ist dein... Nein... Ja, ja, eigentlich musst du den Formel-1-Auto nehmen, sag ich dir ehrlich. Nehm ich auch, nehm ich auch. Bro, das ist... Oh Gott. Okay, man merkt, Russack, ich denke mal, du hast richtig Ahnung, was den Stadtspruch angeht. Aber man merkt, du hast keinen Plan. Bro, ich hab ein bisschen schlechtere Beschleunigung, aber das ist normal, weil es ein Formel-1-Auto ist. Aber wir kommen ja auch auf... Russack, guck mal, wer hinter dir kommt. Hey, ich sag dir ehrlich, wer im Stadion landet, kriegt Boduspunkte, aber... Bro! Du weißt, dass du mich wieder so überholst, Alter. Ne, ich überhole dich nicht. Aber warte mal, vielleicht kann ich durch Wasser fahren. Du fährst... Nein, 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 ich will ins Wasser. Warte, 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 warte. Ich roll noch, ich roll noch, Bro. Ich darf erlenken, ich darf erlenken. Wo bist du, wo bist du? Ah, ne. Oh mein Gott. Ja, du bist bei mir ja auch. Ja, aber wer ist weiter? Ja, weiß ich nicht. Wo bist du? Guck. Ja, aber Bro, dich hat es jetzt auch dahin getrieben, weißt du? Ah, ja, okay. Unentschieden. Unentschieden. Bro, hatten wir schon mal ein Unentschieden gehabt beim Stadtsprung? Ja, Bro, wenn wir in einem Planschbecken gemeinsam landen, da kann man dann auch mal nix machen, ne? Ey, krank, Bro. Krank, krank, krank. Ich sag dir ehrlich, es steht immer noch 2-0 für mich, weil wir zählen das natürlich nicht weiter. Das Ding ist, wir müssen jetzt leider noch mal ne Runde machen, random vehicle, weil wir müssen... Nein, ich lieg' hinten, ich darf auswählen. Ja, okay, Leute. Wir lassen Russack mit E-Falt gehen, ich sag dir ehrlich, okay? Wähl aus. Hulk. Oh, dumm. Nicht gute Entscheidung, Bro. HULK, 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 HULK. Ich sag dir ehrlich, Hulk-Auto ist zwar schnell, also Hulk-Auto hat Vorteile, aber es ist nicht gut beim Stadtsprung, sag ich dir direkt. Wieso? Weil, äh, wirst du das sehen, wirst du das sehen. Oh, du bist zu schwer, du hast tausende Reifen mit 50 Kilogramm. Und los geht's. Okay, guck. Ciao. Oh, Bro, guck mal, guck mal hinter dir. Guck mal hinter dir. Wo? Wo? Guck mal hinter dir, Russack. Guck mal hinter dir. Oh mein Gott. Hier kommt der Blitz, Junge. Oh mein Gott. Warte, es wird eh bis knapp. Es wird eh bis knapp. Oh mein Gott, Bro. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich muss über die erste Insel kommen. Oh. Ich muss auch über die erste Insel kommen. Ich komm rüber, ich komm rüber, ich komm rüber, Leute. Oh Gott, jetzt kommt's drauf an, wer gut aufkommt. Oh Gott, es will... Nein, ich fall ins Wasser. Nein, Bro. Wir haben beide über den Graben geschafft. Wieder unentschieden. Junge, der Graben... Alter. Entweder spring ich über die Karten oder in den Graben rein. Das kann doch nicht sein. Was ist das für ein Zufall. Okay. Es steht immer noch 2-1. Jetzt spawnen wir drei Autos und wir nehmen das kleinste, Russack. Oh. Okay. Ramp Buggy. Oh Gott. Das kleinste. Das kleinste. Kannst nehmen. Bro, hoffentlich bleibst du damit hängen. Ich sag dir ehrlich. Mein kleines ist ein Motorrad. Bro, aber kein Flyglitch ist erlaubt. Wie? Bei mir ist kein Flyglitch. Ja, okay. Ja, okay. Kein Flyglitch. Aber ich muss trotzdem nehmen. Ich hab keine Ahnung. Ja, du kannst trotzdem nehmen. Das kleinste. Okay, Russack. Ich würde sagen... Kannst du dich vorne als Trump hinstellen und ich springe über dich? Rede nicht, Junge. Rede nicht. Aber ich sag dir ehrlich, wenn ich nicht hängen bleibe, wird's... Bro, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich flieg. Nein. Nein, ich schaff's. Ich tipp voll ein. Bro. Ich bin Stadion. Du? Ich glaube... Aber ich bin gut gelandet, Bro. Ich bin gut gelandet. Oh mein Gott. Bro, ich komm wirklich. Durch? Nein. Genau ins Wasser wieder. Ey, das kann nicht sein. Genau dort wieder? Genau wieder dort, Alter. Guck mal, wo ich bin. Guck mal, wo ich bin. Ich bin komplett... Also, ich bin durchgefahren mit dem Speed. Ich bin am Stadion vorbei und so. Boah, du bist hier? Okay, krass, Russack. Das war gut gewesen. Der Punkt geht natürlich gerne an dich. Aber das war's doch nicht gewesen. 2-1. Okay, Russack. Du dürfst auswählen, welches Auto willst du fahren? Komm. Ich nehm den Porsche. Falsche Entscheidung, Bro. Das ist McLaren Speedtail. Dieses Auto ist überkrass limitiert. Ist auf Aerodynamik angepasst. Und ich sag dir ehrlich, hau rein. Damit... Oh, 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 oh. Oh, ja. Ich seh schon die Aerodynamik. Flieg nicht raus. Aha, aha. Die Aerodynamik. Ja, komm mal, wer vorbeipfliegt. Oh mein Gott. Guck mal. Ciao. Was? Oldschool von Newschool. Bro, was? Auf Wiedersehen. Warte, warte, warte. Ich roll aber weiter. Ich werd... Oh, ich komm auf jeden Fall hier über den Graben. Nein, du wirst in den Graben wieder reinfallen. Guck mal. Guck mal, er fällt wieder in den Graben rein. Oh nein. Glück gehabt. Okay. Zwei, zwei. Jawoll. Soll ich dir was mitbringen vom Hotdogstand hier? Oh, rede nicht, rede nicht, Russack. So, das nächste Auto, was wir spawnen, nehmen wir das Größte. Von drei, okay. Von drei, von drei. Das ist kein Auto. Okay, eins. Oh, groß. Nein, nein. Das ist schon, das ist Minus, Leute. Mach noch eins. Okay, zwei. Oh, ich bin, oh mein Gott, Bro. Oh, Poliz... Ey, Bro, Polizidol ist doch eh verhaftet in letzter Zeit. Äh, ja. Eins, komm mal, mein kleinstes. Bamm. Ja. Zwei. Oh! 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 Russack! Bro, dicker... Hä, bist du blöd, weißt du nicht, was das für ein Wohnwagen ist? Ja, Bro, das ist ein Loser-Wohnwagen. Bro, Bro, hast du mal mein Interieur innen gesehen? Nee. Ich springe ab, werde nach hinten gehen, ein paar Brownies kochen, dabei auf die Couch mich setzen und Fernseher schauen. Weil er so weit liegt. Hör, wie schnell ist der? Bro, das ist ein gemoddeter Truck. Das ist kein Gitter. Wow, dein gemoddeter Truck bringt dir echt sehr viel. Guck mal, wer hinter dir rüber, gerade über dich liegt. Ja, okay, aber du wirst... Jürgen, du fliegst wie ein Stein runter. Ja, aber du wirst ins Wasser fallen und dann werde ich auch dahin kommen. Bro, okay, ja, ich werde ins Wasser fallen. Ja, safe. Safe, ich werde ins Wasser fallen. Ja, Bro, ich fahre ins Wasser. Ja, okay, hast recht, ich fahre wirklich ins Wasser. Ich fahre ja an der Palme vorbei, am Stadion und wir fahren doch ins Wasser, oder? Leute, es gibt kein Gas. Es gibt kein Gas und... Oh ja, wir hätten sogar... Ich würde sogar echt ins Wasser hier reinfahren, ne? GG. Großsack, es steht 3-2 für mich und ich wähle natürlich diesen Lamborghini aus. Oh mein Gott, bist du blöd. Warum? Bro, das ist ein Galado. Ja, okay, okay. Okay, der Fahrer, komm. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal. Hä? Ciao. Junge, ich habe ihn getunt aus Dubai. Weißt du nicht, wie es war mit dem Porsche, wie es war? Der Oldschool ist besser als der Newschool. Oh, Bro, fliege... Warte mal, warte mal. Ey, ist das dein Ernst? Oh, warte, vielleicht schaffe ich das hier. Ist das dein Ernst? Also, 3-3, weil ich mich folgen kann. Schade, falsch entschieden, aber war ein schlechtes Auto gewesen. Kann man nichts machen. Bro, du hattest am Anfang einfach nur Glück gehabt, he? Es kann nur besser werden, sag ich dir ehrlich. Äh, was sind das hier für Autos, die vielleicht kommen? Aber erst mal, Russack, machen wir drei Autos Sport und eins auswählen. Hä? Äh... 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 Hört der first! Äh... Bro, was sind denn, wenn ich für drei Müll Autos... Bro, das zählt, was fährt... Bro, was war das denn? Das zählt nicht, weil ich müsste eigentlich noch eins wollen, weil es fährt nicht nur gerade aus. Ja, okay, komm. Ey, Bro, das ist so Karma, Bro. Erster Auto ist schon besser als meiner. Erster Auto ist schon besser als... Zweite ist schon besser. Was? Und dritte ist auch... Oh, ey. Ey, wenn du willst, kannst du das mein drittes Fahrzeug nehmen. Nee, nee, ich nimm dir den hier. Vielleicht, äh, das ist der Karin Benzema-Auto. Äh, der wird durchstehen. Bro, ich hab ne schöne S-Klasse. Fahr schon mal vor, Andreas. Ja, ich fahr schon mal vor. Guck mal, meine hat Front... Meine hat Frontantrieb, hä? Geht's dir gut, oder? Ich glaub, ich werd's nicht schaffen, ich sag dir ehrlich. Doch, doch, das schaffst du schon. Oha, hä? Ich glaub eigentlich so... Oha, der ist 900, Bro. Was? Wo kommst du? Wo bist du? Ich flieg gerade am Stadion vorbei. Äh, ich sag dir ehrlich, ich komm nicht schlecht, ja? Ich bin da, wo dein Polizeiauto ist. Äh, okay, das schaff ich nicht, Leute. Das ist dahinter im Stadion. Aber ich bin ins Wasser sogar geflogen. Ja, das ist... Ah, bumm. Nee, war echt ne gute Landung, Bro, ehrlich. War stark, Bro. 4-3, ne? Danke, ja. So, Russack, jetzt haben wir hier zwei Fügel. Was sind das hier für Autos? Bro, ich darf sogar auswählen, aber ich sag dir safe, ich nehm diesen Honda-Ding. Ich sag dir, falsch entschieden. Ja, na klar, Bro, also, also erstens, ich glaub, mit dem Auto wirst du nicht mal überhaupt Dubai erreichen. Äh, also ich sag dir ehrlich, ich weiß auch nicht. Du wirst nicht mal Dubai erreichen, sag ich. Mein Callout. Äh, ich fahr schon mal los, ja? Ja, ich warte. Ich guck dir grad zu, komm, fahr los. Äh, Russack, ich werd dich überrollen. Komm, fahr mal, fahr mal, Russack. Bro, fahr Dubai. Fahr, fahr mal. Ja, okay, komm, über... Versuch mal, versuch mal, mich zu über... Ja, jetzt, for real, fahr mal über mich drüber. Okay, ich fahr über dich rüber, warte. Warte, andersrum, rückwärts musst du mich treffen. Ja, ja, so. Wow. Oh mein Gott. Rüber ab. Ich roll dich. Bro, das bringt gar nichts. Bro, du kannst nicht mal mit dem Ding mein Auto kaputt machen. Oh, doch, guck mal hier. Was ist das für ein komisches Auto? Oh mein Gott. Ey, der fährt aber 100 kmh. Ja, ja. Ciao. Ey, was ist das? Bro, ich glaub, das ist das erste Fahrzeug, was Dubai nicht mal erreichen wird, ne? Ey, ich mach ne fette Arschbombe jetzt rein. Ich mach ne fette Arschbombe, ich sag dir ehrlich. Guck mal hier. Wow. Bro. Das war... Ey, ich sag dir ehrlich, überleg mal. Das Wasser springt jetzt so weit weg, weil das Fahrzeug so schwer ist. Aber guck mal, wie langsam das runterfällt. Ey, ja. Das lassen wir, Leute. Das lassen wir. Das ist doch der größte Bluff überhaupt. Hä? Ich fall schneller runter als das Fahrzeug, ey. Das ist so schlecht. Ja, okay. Die Runde geht an dich, Russack. Vier, äh, nee. Fünf, drei für dich, ne? Ja. Fünf, drei für mich, Bro. Ich glaub, fünf, drei für dich, ja. Ich glaub auch fünf, drei. Aber echt gut, dass ich mich falsch entschieden hab. Finde ich echt gut. Danke, Bro. Russack, pass auf. Wir werden jetzt machen. Jeder spawnt ein Auto für den Gegner. Jeder. Ja, okay. Oh, danke. Der ist Müll. Der ist Müll. Der ist Müll. Der ist Müll. Bro, du hast den besten Auto im ganzen Spiel bekommen, Bro. Oh mein Gott. Wirklich? Nein. Aber der BMW ist der schlechteste von allen. Sag dir ehrlich. Bro, der BMW ist ein M6, okay? Guck mal, guck mal, wie du driftest. Guck mal, wie du driftest, Bro. Oh mein Gott. Du bist ja nicht mal gerade abgeschüttet. Was? Bro, du kannst ja nicht mal gerade ausfahren. Ja, das Auto hat nicht mehr Motorsound. Was hast du denn kaputt gemacht an der Karre? Ja, guck mal hier. Okay, ich gehe hier in Atlantis-World rein. Was hast du hier für eine World-Leute in Dubai? Ich weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall sehr heftig aus. Ich werde nichts sagen, Bro, was du da machst, aber das war das 6 zu 3. Oh mein Gott, Stani. Ja, jetzt kommen die schwierigen Autos. Warte mal ab, mein Junge. Ich weiß noch, wie du dich am Anfang gefühlt hast, zweimal ein Auto durchgejumpt plötzlich. Okay, was nimmst du, Russack? Nimmst du das Pikachu-Auto? Nimmst du das Baby-Auto? Bro, was lachst du? Digga, du musst schauen, was der Pikachu ist, oder? Der ist schneller als der Blitz-Gober. Ja, du machst jetzt Donnerblitz rüber, oder was? Komm, fahr mal, fahr mal. Ja, okay, fahr du. Komm, fahr los. Ich will einfach nur dir hinterher kommen und dann über dich drüber springen. Was lachst du? Warte, das fehlt nicht. Ich muss noch mal Anlauf nehmen. Bro, der kann nicht gerade ausfahren. Also ich sage dir ehrlich, ich fliege hier gerade locker entspannt über Dubai. Er hat hier die beste Sicht. Bro, ich weiß noch was. Bro, 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 vorbei. Vorbei, ich komm. Nein, 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 nein. Vorbei, ich komm, guck doch. Vorbei, ich komm. Ja. Ich komme. Jungen, das ist nicht mehr ansatzweit. Bro, warte, warte doch. Ich fliege doch noch. Ja, okay, krass. Krass. Abrollen. Ja, okay, krass. Nein. Also ich bin 10.000 Meter weiter, sage ich dir ehrlich. Was redest du? Das war voll knapp. Guck mal hier, ich bin hier. Alles entspannt, Junge. Alles gut. Ja, das war knapp. Russack, jetzt werden wir machen das mittlere Auto. Wir werden drei Autos spawnen und das mittelgroße Auto durst du fahren. Okay, eins. Oh, das ist schon mal ein großes, was du hast? Was? Oh, mein Gott, der Panzer wird der. Der Panzer. Oh, mein Gott. Okay, ich bin bei mir gespannt. Das ist das große. Nein. Nein. Oh, wohl. Obwohl. Bro, besser als Panzer, Digi. Besser als Panzer, muss ich auch sagen. Russack, du kannst schon mal losfahren, weil ich werde dich eher einen holen. Sei ich dir ehrlich. Kann ich dich abschließen eigentlich, Travis? Nee, nee, nee. Russack, willst du nicht mal Gummi geben? Hau rein, Russack. Ja, danke. Danke. Russack. Ich wette, ich komme trotzdem weiter wie du, Bro. Bist du kaputt? Ja, ich glaube, ich bin kaputt. Achso. Du hast mich hochgehergt. Bro, du kommst auch weiter. Ja, guck mal hier. Leute, du kommst selbst damit weiter, obwohl ich kaputt gefahren bin. Komm hier. Ich bin weitergekommen wie du, Russack. Ja, ich bin einfach nur über die Schanze, um einfach so nach unten zu gehen. Ich habe auch eine neue Frisur bekommen. Super. Ey, wir nähern uns hier langsam den Ende. Okay, Russack, jetzt geht's weiter. Wir werden jetzt direkt gar keine Random Vehicle Battles mehr machen. Wir werden jetzt bis zum Ende die großen Big Boys auspacken. Und vielleicht machen wir noch ein, zwei Random Vehicle Battles. Du bist aktuell in Führung, aber das werden wir natürlich noch verhindern. Wieso darf ich aussehen? Du hast doch gerade gewonnen mitgegen dem Panzer. Achso, stimmt. Ja, Bro, ich nehme das. Ich nehme es zu spät. Nee, 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 nee. Zu spät, zu spät. Ich bin doch nicht. Nein. Sorry. Bro. Ich bin doch nicht losgefahren. Nimm doch Suus' Auto. Nein, ich will Suus' Auto nicht nehmen. Ich will bitte diesen Truck haben. Ja, dann hol ihn dir. Ey, guck mal. Der fährt gerade. Guck mal, wie Russack Auge macht, Leute. Ist das krass. Nimm mal den Suus' Truck, nämlich ich werde. Jetzt den besseren Truck hier nehmen. So, komm. Bro, du hast dich so falsch entschieden, dass du umgekehrte Psychologie von Anfang an. Okay, fahr vor, fahr vor. Okay, los geht's. Ja, oh, Bro, deiner geht übelst ab. Deiner, Bro, deiner geht übelst ab. Ja, okay, der ist OP, der ist OP. Junge. Das fliegt über Dubai einfach. Ich spring damit über Dubai mit einer Zehn. Was? Ey, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Junge, ich schaff's. Das ist das krasseste Auto, was wir hatten, ne? Echt? Ja. Oha. So weit ist noch gar keiner gesprungen. Ja, ich hab wenigstens nach Dubai geschafft. Ich bin happy. Ohne Probleme. Jetzt, ich darf direkt weiter auswählen. Und zwar, oh, das ist schwierig, Leute. Einmal das Mars-Mobil oder den Camp. Bro, ich sag dir ehrlich, ich glaub, das Mars-Mobil fährt sich wie Müll. Ich sag dir ehrlich, das ist halt das Unfähre jetzt. Oh, Lüt. Oh mein Gott. Ey, komm. Du hast dich falsch entschieden. Ah. Ey, Russack, fahr mal mit deinem Mars-Mobil. Okay, Bro. Wow. Was? Bro, was? Was? Junge, fliegt mal auf Mars. Ey, der fliegt auf Mars. Bro, das ist nicht schlecht. Ja, okay, okay, Bro. Das Ding ist übelst OP. Deins? Deins ist übelst OP. Schaffst du es überhaupt auf Dubai? Ja, ja. Und deiner? Äh, Bro, ich fliege mitten ins Stadion. Echt? Ja, guck mal vor dir. Wow. Das war's, Russack. Das war's. Du schaffst es gerade mal auf dem Berg. So. Ja, ich bin super. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Easy, easy. So, wir sind jetzt hier mad, Max. Ich sag dir ehrlich, ich nehm den hier. Ich nehm den hier. Ich hab keine Ahnung. Welches Mad Max Auto besser ist. Aber das sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. Bro, du hast dich einfach falsch entschieden. Ja, du sagst bei jedem Auto, ich entscheide mich falsch. Das nervt einfach. Ja, aber diesmal weiß ich's wirklich. Weißt du wieso? Was machst du? Bro! Komm rüber hier, komm rüber. Das ist, Bro, das sind die Fahrzeuge, die sind zu krass, sag ich dir ehrlich. Oh mein Gott. Ich glaub, die Fahrzeuge haben die Platte weggezaubert. Okay, okay. Wirst du ready? Let's go. Oh mein Gott, der ist krass. Oha! Wow. Nein, was? Oha! Ey, Ruster, guck mal, wer hinter dir kommt. Guck mal, wer hinter dir kommt. Ja, aber... Äh, was? Wird knapp, Digga. Der Lautsprecher... Nein, als ob. Jürgen! Schaffst du's rüber? Schaffst du's rüber? Ich glaub nicht. Okay, jetzt... Nein. Nein. Nein, ich auch nicht. Nein. Aber warte, 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 warte. Ich roll, ich roll, ich roll. Nein, ich bin im Gefahr. Nein, nein, nein. Nein, geh weg hier. Nein. 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 Oh! Wie knapp ist das bitte? Oh mein Gott. Ihr seht hier die Punktzahl jetzt auch nochmal eingeblendet. Jetzt entscheidet sich, wer hier gewinnt, Leute. Das sind die letzten zwei Autos. Und zwar haben wir einmal den OP-Truck, den anderen OP-Truck und dann ein paar sehr, sehr außergewöhnliche Autos, Leute, die aber besondere Überraschungen haben. Russack, welchen Truck nimmst du dir? Ich nehm den... Boah. Ich nehm den hier. Ja, war klar. Weil ich glaub, der wird sich aufschließen selber. Ja, ich glaub auch, Leute. Ich glaub auch, dass der sich auch... Also, ich denke mal, wenn der jetzt hier gleich... Ich glaub nicht mal, dass er die Rampe fahren kann. Ich sag's dir ehrlich, ne? Bro! Was denn? Was denn? Junge, guck mal deinen Flammenwerfer ein, Kollege Schnürschuh. Bro, ich wollte doch ein bisschen Dampf unterm Koppos machen. Bro, wir fahren gleichzeitig los. Wir fahren gleichzeitig los. Bin gespannt. Okay, bist du... Bist du ready? 3, 2, 1. Junge, guck sie sich... Bro. Du kannst doch mal... Bro, der ist recalled. Nein. Ich glaub, die Flammen tun mich hochkatapultieren. Das ist wie so ein Düsenjacket, gerade. Junge, ich werd jetzt so ins Wasser reinfallen. So, Leute, überlegt mal, da steht eine Person... Und wir kommen mit so ein Truck, so auf dem draufgeflogen. Oh, mit der Spitze. Und warum meiner ist gut gewesen? Hey, guck mal bei mir zu, Russack. Ja. Und? Guck dazu. Ja, Bro, der war aber nicht so, ich bin zum Stadion. Der war müll, der war müll. Aber ist egal, er war trotzdem lustig gewesen. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass das so ein krasser Unterschied ist. Naja, Russack, also jetzt entscheidet sich das letzte Auto. Und zwar nimmst du einmal diesen unscheinbaren VW Käfer oder nimmst du ein Anime-Auto? Äh, VW Käfer. Oh, Bro, falsche Entscheidung. So, Russack, und zwar, das ist hier ein Bug-Auto, aber es ist auch nochmal schnell. Ich dachte, das wäre vielleicht Drift-Auto. Bro, ich hab dich veröffnet mit dem VW Käfer. Das war meine Absicht gewesen, dass du denkst, dass das OP ist, aber es ist... Äh... Schön, Bruder, dass du ihn überdienst. Bro, der Käfer ist... Bro, der... Digga, der ist OP! Nein. Bro, ich bin durch Dubai durch. Na! Mach schon Respektive Player. Was? Laber, laber, laber. Bro, Bro, der Käfer ist krank. Bro, was? Ich bin durch. Nein. Digga, ich bin durch. Nein. Junge. Ich bin einfach durch. Ey, Leute, ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ihr seht's hier. Wir werden's gleich nochmal nachgucken und auslosen. Lasst ein Like und ein Abo da, checkt. Russack nicht ab. Wir gehen jetzt erst mal hier im Stadion Fußball spielen. zu, mit, öh. Vielen Dank.